Es ist Ferien- und Urlaubszeit und endlich, kann man sagen, richtig frei. Abschalten ist angesagt, weg vom Alltag. Aber vielleicht ja auch die Gelegenheit nochmal über den Alltag nachzudenken. Was zeigt sich da? Wie sehe ich die Dinge? Wie erlebe ich sie? Jesus nimmt die Jünger mit auf einen Berg, raus aus dem Alltag, um ihnen etwas Besonderes zu zeigen oder deutlich zu machen. Und dann ereignet sich auf dem Berg genau die Offenbarung. Die Stimme ertönt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Den, den sie im Alltag kannten, diesen Jesus, erkennt sie auf einmal als Gottes Sohn. Und die Botschaft lautet, was er euch sagt, das tut. Vielleicht braucht ihr noch wie solche Zeiten, um den Alltag in neuen Augen zu sehen, neue Dinge zu entdecken. Oder vielleicht einfach mal drauf zu schauen auf das Ganze und zu erkennen, was wirklich zählt, worauf es ankommt und was bleibt. Frei, um wirklich frei zu werden für das Leben. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Inkerla. Untertitelung des Tagesemund Musik Vielen Dank.